Also ich denke, wir haben das von der ersten Minute an heute wirklich sehr, sehr gut gemacht. Vor allem taktisch hat die Mannschaft das sehr, sehr gut umgesetzt. Wir standen hinten kompakt, haben schnelle Kontovorschlüsse gespielt und auch erfolgreich dann oft zum Abschluss gebracht. Von daher können wir mit unserer Leistung heute sehr zufrieden sein. Ich denke, heute hat das Herz gewonnen. Also die Mannschaft, die mit Leidenschaft agiert hat, hat heute auch verdient dieses Spiel gewonnen. Ich denke, auch in der Höhe verdient gewonnen, wenn man überlegt. In der ersten Halbzeit noch unser Pfostenschuss. Wobei man auch sagen muss, wenn Blau-Weiß in den Austauschtreffer kurz vor der Halbzeit erzielt, im 1-ge-1 gegen Robert Schelins, den er überragend hält, dann wird es vielleicht das Spiel anders ausgehen. Aber Hertha gibt es noch den Fußball nicht und von daher sind wir sehr, sehr zufrieden, wie wir heute agiert haben als Team. Und ja, darauf lässt sich weiter aufbauen. Ich glaube, dass wir uns tatsächlich ein bisschen cleverer jetzt momentan anstellen als in der Vergangenheit. Also wir kommen langsam mehr mit dem Spielrhythmus klar in der Oberliga, wie dort agiert wird. Wir müssen allerdings auch sagen, wir haben jetzt die Punkte gegen Berliner Mannschaften geholt. Klar ist Brandenburg-Süd dabei, aber Brandenburg-Süd hat ja auch viele Berliner. Trotzdem unser erster Heimsieg in der Oberliga, seit 20 Jahren, kann man auch nochmal sagen. Und wie gesagt, wir sind sehr zufrieden, wie wir es heute hier angegangen sind. Und die Mannschaft hat das sehr, sehr gut gemacht und da kann ich mir nur meinen Hut ziehen vor. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KICK-TV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen.